Hallöchen zusammen und willkommen zu Kein Minecraft Let's Play. Mit mir dabei, ich drehe mich gerade mal in Position, ist die Gretne alias Penetica. Hallo. Und der Trekkie-Nator alias Anaholic. Aua, hallo. Was war denn das? Du bist mir gerade aus dem Bild geöffnet. Äh, Gretne hinter dir, da ist ein... Aua. Ich muss jetzt ganz dringend was essen, sonst sterbe ich. Sofort wieder Action. Du lenkst ihn ab, ich zieh ihn drauf und dann... Siehste wohl. So, hast du Pfeile eingesammelt zufällig, dann gibst du mir den Weg. Ich hab den einen eingesammelt, okay. Also ich hab jetzt schon nichts mehr... Du hast schon wieder einen Pfeil, genau. Zwischen den Augen in diesem Helm-Symbol. Hast du eine Zielscheibe auf dem Kopf, oder was? Sieht fast so aus. Also die schießen bei mir nicht immer so auf den Helm. Die schießen nicht auf meinen Helm, die schießen auf meinen Hirn. Sondern direkt aufs Herz. Sie wissen ja hier, der Intelligenteste ist. Deshalb schießen die mir immer aufs Hirn. Der Intelligenteste? Die wollen ja hier das Alphatier ausschalten. Genau. Ja, die wissen, dass Mutti immer vorläuft. Wahrscheinlich. Greifen diese Tiere im Wasser eigentlich auch nachts an? Welch kraten nicht? Achso, wir gehen übrigens jetzt in den Dschungel. Dschungel! Dschungel! In der Nacht? Wie sind wir denn drauf? Dschungel! Wir haben eindeutig Monster-Entzug. Hier schwimmen überall Hühner rum. Keine Monster. Was machen wir hier mit den Bäumen? Da nehmen wir aber schon auch ein paar mit, oder? Das ist ja auch ganz nettes Holz eigentlich, oder? Ja. Das ist mein absolutes Hass-Biom. Echt? Wenn jetzt noch Schnee fallen würde, dann wäre es Annos auch. Ich habe ja nichts gegen den Schnee. Ich finde, nur die Gegend sieht dann so langweilig aus, wenn alles weiß ist. Das war es schon mit Dschungel. Das war ja echt großer. Da machen wir ja schnell durch. So, ja, danke fürs Zuh... Nein. So weit sind wir noch nicht. Ach, guck mal, da hinten geht es doch... Du musst schon der Mutti hinterherlaufen. Ja, nee, bei mir hat sich die Welt gerade nicht aufgebaut. Du musst schon. Hier starten wir, krabbeln mal hier hoch. Oh, ist das geil. Alter. Schnell, Anno, komm hoch. Ja, wo seid ihr denn? Der Anno. Das ist das Problem, wenn du nicht der Mutti hinterherlaufen hast. Oh, Alter, der sieht wirklich genial hier aus. Das ist der Hammer hier hinten. Ich habe nicht gedacht. Krass. Sieht man unser Haus von hier eigentlich? Nee. Es ist hinter den Bergen. Da sind die Pferde. Dann sind wir jetzt da, wo du schon warst. Nee. Doch, das müsstest du doch... Nee. Nee, nee, ich war hier in dieser Tiefebene da. Aber da hinten geht der Dschungel weiter. Oder? Guck mal, da ist auch nochmal ein geiler Wasserfall. Aus dem Berg da raus. Die ist ja schon krass, die Karte. Die ist schon krass. So, und jetzt gehen wir wieder in den Jungle. 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 Jungle? Jungle. Jungle, the mighty jungle. Was? Da ist, finde ich aber jetzt schon eher the jungle drum. Kennt ihr den? Jungle drum. Und der Emiliana Turini. Äh. Ja, besagt das Lied. Boah. Was denn? My heart is beating like a jungle drum. Ja, ach so, ja. Stimmt, ja. Ja, genau. Ich hab schon Kaba gefunden. Wir können wieder nach Hause gehen. Kaba. Alles klar. Das war ja ein toller Ausflug. Spannend bis zum Ende. Ja. Aber der ist nicht reif. Kann ich den jetzt abschlagen dann? Ähm. Oder ist er reif? Ne, wir können es doch. Also er hat so eine gewisse Größe, dann ist er reif, glaube ich. Da war jetzt nur bei meinem Pack so, ähm. Was ist das? Äh, Holz? Ach so. Ich dachte, wir wollten auch so ein bisschen Dschungelholz mitnehmen. Ja. Stimmt. Da können wir eigentlich einmal ein bisschen an so einem Hölzchen, an so einem Bäumchen rumkloppen. Hier hinten ist auch so was, was ein bisschen so... Oh, 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 aua. Was denn? Ich bin hier runtergefallen und hier ist wieder, hier ist eine Höhle. Also ich hab jetzt eine Höhle gefunden. Da könnten wir rein, denke ich, wenn wir wollten. Hm. Ich hab auch hier schon Eisen gefunden jetzt. Also es gibt hier was zu finden in der Höhle. Okay. Also. Äh, welche Höhle denn? Ich versuch's, sie auch grad zu finden. Warte, ich komm gleich noch mal ein kurst Stück raus. Oh, oh, wenn ich kann. Wolltest du die da unten im Wasser? Ja. Okay. Hier bin ich. Hallo! Aua! 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 Was denn? Du bist mir auf den Kopf gesprungen! Das hat ihr aber nichts ausgemacht. Ich hab's euch selber wehgetan. Ich wollte grad sagen. Ich dachte gerade echt, du wärst mir auf den Kopf gesprungen. Da tut man sich selber weh und wird noch als Depp bezeichnet, weißt du? Das ist ja auch nicht nett. Oh, hier hinten ist es. Oh, Skelett! Aua! Wieder im Kopf. Wo ist das Skelett? Ich seh's gar nicht. Hier. Im Wasser, oder was? Äh. Komm da raus! Aua! Oh je. Oh je. Willkürlich, ich seh's gar nicht mehr. Hey, du bist gleich tot. Das ist überhaupt nicht lustig gerade. Ja, ja, ja. Leute? Ja. Ah! Oh Gott. Was ist denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schreit? Oh Gott. Es schreit. Ja. Es hat ganz laut geschrien. Wah. Ach du Scheiße. Er hat wirklich helft. Ich wirklich. Sein, du kennst jetzt hier einen Weg raus. Fuck ey. Wo bist du denn runtergefressen? Äh, du? Hallo? Noch da? Ja. Ähm. Oh Gott, nein. Wie komm ich denn hier wieder raus? Es geht... Ah. Bis da unten. Es geht immer... Oh, hier sind Diamanten. Ich hab Diamanten. Aber ich hab keine Eisenspitzhacke. Ich hab eine... Lasst euch fallen. Aber ich... Ich komme. Guck mal, wir können hier den... Ach du bist ja schon da. Wasserpfeil. Ja, ja. Den Wasserpfeil benutzen. Du musst nur aufpassen. Aber da unten ist Lava. Passt auf, ja? Das wollte ich gerade aussagen. Mal aufpassen mit der Lava. Ach, ist das angenehm hier. Ja. Ja, fall mal runter und denk, du bist gleich tot unten, weil du gar nicht im Wasser bist. Das ist ein unangenehmeres Gefühl. Bitte jetzt, äh... Hopp. Aua. An folgender Stelle Fahrstuhlmusik einfügen. Sehr gut, Leute. Wo sind die Diamanten? Redstone. Redstone. Du musst ja auf mich aufpassen. Am besten geht mir dann jetzt einer mal irgendeine Kleinigkeit zu essen. Ich hab gar nichts dabei. Das könnte dir ein Brot geben. Weil ich bin fast tot. Aber ich weiß, ich glaube, es regeneriert... Ne, jetzt regeneriert es sich nicht mehr. Äh, hat dir jetzt jemand Eisenspitzhacken? Jaja, ich bin schon am abbauen. Ja, weil da hinten ist auch Redstone und so. Da ist auch ein Emerald, glaube ich. Da haben wir ja eine krasse Höhle gefunden, ne? Ja, hier ist ein Emerald. Äh, hier... Okay. Ich hab auch gerade schon das Höhlengeräusch. Ihr müsst auf mich aufpassen, ey. Ich hab den ganzen Kram jetzt dabei. Also das Grüne hier ist diese Währung, die du mit Dorfbewohnern dann... Hat jemand was... Eine Kleinigkeit zu essen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab nochmal ein Brot. Aber das brauchst du wahrscheinlich jetzt auch selbst, ne? Also ich hab, äh, gerade... Ich hab auch noch... Ich hab selber noch ein Brot. Vergiss das. Das hab ich dir reingesch... Oh, vorher gegeben, glaube ich. Ach so. Zumindest hab ich dir eins zugeworfen. Ich hoffe, du hast es gekriegt. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte nichts mehr gehört. Hier ist auch nochmal Redstone. Ich komme. Ja, da hin. Der Eisenhacke. Aber wir machen erst mal... Aber ich hör schon... Achtung. Ich versuch mal abzulenken. So. Gut. Oh, hier ist auch Redstone. Ja. Da war noch mehr. Habt ihr ihn? Hab ich schon gesagt. Ist er weg? Ja. Also hinter dir ist Redstone. Da ist Redstone und... Eisen und Kohle hol ich selber. Ich pass mal auf Penediker auf. Ja. Ja, das muss man ja auch. Halt, das ist ein Dreck. Da unten ist auch noch Eisen. Für was braucht man denn eigentlich Redstone? Bei mir ist das nur Duracell-Batterie. Das kann dir der... Ja. Das kann dir der Anno sehr gut erklären. Der kennt sich da gut aus. Oh, hier ist auch Gold. Mit Redstone kann man, ja, Dinge tun. Wir finden alles. Yo. Sehr gut erklärt. Besser hätte ich es auch nicht machen können. Mit Redstone kann man Dinge tun. Das ist gar keine Erde. Du bist jetzt nur hier, ja? Der ich? Nee, Penediker. So. Ich bin hier. Ich spiele hier Bodyguard mit Penediker. Außen Wasser, außen Wasser, außen Wasser. Ich komm nicht raus. Oh, ich bin raus. Oh mein Gott. Hier unten ist auch irgendwie so eine ganz komische Substanz. Seht ihr das? Das ist Lupsidi irgendwie. Wie heißen das dann noch? Lapis, Lapsuli? Nein, dieses... Wenn Lava zu Stein... Kann man das auch abbauen? Nur mit einer Diamantspitzhacke. Ach so. Daraus kann man, glaube ich, diese Netagate-Tore machen. Obsidian heißt. Was könnte man da machen? Diese Netagate-Tore sind, glaube ich, macht man daraus, oder? Ja, so sieht es aus. Ähm, also hier hat's noch, äh, Redstone und Gold. Falls du... Wo? Oder... Hier. Ich bräuchte wieder was zu essen. Scheiße. Let's auf. Also ich einmal, äh... Aua. Einmal Brot hab ich noch. Also ich bin schon... Aua. Ich sterb gleich. Wegen... Wegen Essen? Ja. Ja, dann gib deine Sachen ab. Wo bist du denn? Hier hinten. Ja, dann nimm, nimm Brot. Warte, nicht im Wasser. Das ist ordentlich hier in der Lava. Komm hier hinten ins Trockene. Er will nicht an der Lava essen. Ich hab... Ich hab meine bevorzugten Essenspunkte. Hast du's gekriegt? Ja. Ja. Boah, ich würd gerade gerne heimgehen, ey. Ich hab ein bisschen Angst, weil ich so teure Sachen dabei hab. Ja, soll man vielleicht auch, oder? Weil ich vor allem nichts zu essen hab. Das war ja eine lange Expedition. Ja, ist ein bisschen peinlich jetzt. Wir wollten hier den großen Ausflug starten, aber... Aber wir haben auch nichts mehr zu essen. Wir haben nichts zu essen. Das wussten wir ja vorher. Ja. Ja, dann suchen wir doch den Weg zurück wieder. Ich hab hier hinten... Oh, hier ist noch Gold, Leute. Hier ist alles. Hab ich doch schon gesagt, aber wir finden hier auch wieder zurück. Notfalls mach ich einen Punkt. Boah. Ich mach mich drauf. Mach mich grad schon wieder so Expeditionen. Hier ist noch mehr Redstone. Oh Gott. Da hinten rüber geht's auch voll krass ab. Warte, zeig mir das mal. Das nehmen wir noch mit, das Gold. Also hier ist Redstone im Wasser. Ja, jetzt blöd. Ja, ich komm nicht ran. So. Okay. Gold? Ah ja, ich seh's. Oh. Ich finde Lava und so. Welches Gold meinst du? Ich hab jetzt hier hinten... Ich hab da hinten ist eine Höhle drin. Da ist auch noch mehr Gold. Wo? Da oben ist noch mal ein Emerald. Oh, hier, äh, Zombie. Hier oben ist noch Diamant. Ne, das grüne Zeug. Da, guck, fällt gleich was auf deinen Kopf. Oh Gott, pass auf, Penny, Digga. Ja, ja gut, ich mein, ihr seid ja hier. Ihr könnt den Kram ja auch noch einfach einpacken. Ja, aber nicht, wenn du in die Lava fällt, dann ist es weg. Das hab ich dauerlich auch schon feststellen dürfen. So, ich hab noch ein bisschen Zombiefleisch jetzt gesammelt. Oh, gut. Oh. Also, äh, mir zusammeln lassen. So, äh, naja, hier. Hast du selbst... Huch. Was genau macht ihr hier? Das war nicht... Wolltet ihr Eisen essen? Oder ihr? Eigentlich nur ich. Wo ist denn jetzt das Holz, von dem ihr spracht? Holz? Holz? Äh, Gold. Also mein... Ich weiß nicht, wo Dargus ist, aber... Mainz. Wie, Mainz? Mainz war da, wo wir gerade... Ich folge mir hier. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Und dann hier oben an der Ecke. Decke. Äh, ich muss Mainz erst wiederfinden. Wo waren wir denn vorher, wo du diesen Redstone abgegriffen hast? Oh Gott, weiß ich nicht. Ah, hier. Hier ist noch mehr Kohle. Oh Gott, Kohle. Jetzt gehen wir langsam ausessen. Kann bitte nochmal ein Zombie hier runterkommen? Hast du uns jetzt alles gegeben? Ja, ich hab, äh, vorher noch fünf gehabt. Jetzt bin ich hier rüber gelaufen. Jetzt hab ich dreieinhalb. Nee, nee, da sollten wir nicht hin. Da sollten wir ganz so gar nicht hin. Oha. Äh. Komm mal zurück zu dir, ja? Ja, also wie gesagt, mein Gold ist hier hinten. Ja, da muss man über diesen Lavawald, äh, Wald da drüber, oder was? Wald? Also da ist Lava hier unten, aber wir können... Achso, da gibt's einen Weg. Das hier. Das hier. Das hier hab ich gemeint. Da hinten, das hab ich zwar gesehen, aber da kommen wir so einfach nicht hin. Nee, da bräuchte ich mal ein bisschen Dreck oder irgendwas. Ohne zu sterben. Ich hab Stein dabei. Aber... Ich würd sagen, wir gehen jetzt trotzdem zurück, oder? Trotz allem. Du bist ja ein Schisser. Ja. Ich mein, ich sterbe bald aufgrund von Hunger. Oder hat jemand von euch noch was zu essen dabei? Oder blubbert die Lava. Einen Eimer hätten wir mal mitnehmen können. Das war ein bisschen dumm. So. Der, die, ähm, hier, so, könnten wir das Gold noch mitnehmen. Ja, dann mach mal. Mach mal einen Schritt. So, das sollte safe genug hier sein, so. Zambies. Viele, 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 viele Zambies. Zambies. Oh, hier ist noch mehr Gold. Da sind wir dran, wir sind dran vorbeigehüpft. Ja, schön. Wo denn? Wo bist du? Hier genau an der Ecke, hier oben, umdrehen. Da hinten ist auch noch ein Haufen Kohle. Ein Haufen? Ja, ein ganzer Haufen Kohle. Ah. Ja, okay. Ich hole mir die Kohle, dann... Oh Gott. Nicht draufgehen. Nicht draufgehen. Nicht draufgehen. Äh, ja, das ist das Problem. Die Kohle schwebt über der Lava. Jetzt nicht sterben. Jetzt nicht sterben. Jetzt nicht sterben. Ha, wir sind hier voll auf der Expedition, sag ich dir. Aber sowas von. Aber, aber... Heiß. Ja, vor allem, äh... Wirklich heiß. Ich geh mal Penedika hinterher. Vor allem, weil ich Geräusche höre. Ja, ich bin wieder sowas von. Oh. So. Wo ist denn hier? Leichtsinnig. Oh, da oben. Ich seh doch nen Zombie. Komm doch runter. Wir sind hier. Geh mit uns spielen. Kann ich den da irgendwie runterklopfen? Ohne runterzufallen? Den da? Naja, ich komm nicht dran. Hast du jetzt schon runtergefallen? Nee. Nee. Noch nicht. Nee. Wieso kommt da denn nicht? Der Kleine. Er tauscht. Wollte ich sagen. Hallo. Wir sind's. Wir haben schon lange keine Zombies mehr gesehen. Wir fühlen uns schon eintaam. Aber echt. Hallo. Ich hab viel Eisen gefunden gerade hier. Und hier ist noch mehr Redstone. Ich hab... Ach. Wollen wir wirklich hier weg? Es ist so... Oh, man. Ich sterb dann halt. Aber das macht ja nix. Oh, das machen wir wirklich. So lange ihr noch da seid, ist ja alles gut. Ja, du solltest dann aber irgendwo sterben, wo wir deine Sachen gut einsammeln können. Bitte. Stirb bitte ordentlich. Ich sterbe ordentlich. Ich versuch mich anzureihen in den Kreis. Ich hab noch mehr Redstone. Oh, hier ist Diamanten. Hier ist noch mehr. Oh, Gott. Dann, dem geht gleich einer ab. Hier ist dieses blaue Larputzer. Oh, Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange soll. Der Phallus fängt an zu wirken. Ich spür's doch. Oh, oh, Gott. Oh, Diamanten. Diamonds are the girls' best friends. Ja. Möchtest du uns was sagen? Ganz ehrlich, kommt mal hier hinten hin. Hier ist Eisen, Kohle, Lapuzlazuli, Redstone, Diamanten. Hier ist alles. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hast du auch Essen gefunden? Nee. Dann ist doof. Warte, hier ist überall Lavat runter. Ja, das hab ich ja versucht schon zuzudecken. Ich bin jetzt scheiße auf die Diamanten. Du kannst 20 Diamanten haben, wenn ich so krass mal so spielst. Ja. Da sind wir jetzt wieder bei den gesellschaftlichen Problemen. Ja. Geld ist nicht alles. Wo seid ihr denn überhaupt? Wir passen gut auf die Panetika auf. Die Panetika, die haben alles, was wichtig ist. Ich bin auch hier. Wo ist denn der andere? Der, der ist irgendwo in der Ecke gegangen. Der muss sich mal kurz erleichtern, oder was? Wegen der Diamanten. Hallo? Wo ist er denn? Hallo? Ich wollte den gerade nicht spielen. Die Diamanten haben auch Gefühle. Er ist hier hinten. Ich wäre da auch reingefallen gerade. Hier ist auch Eisen. Habt ihr das nicht gesehen? Wo bist du denn jetzt schon wieder hinten, Arno? Na, hier hinten. Hinter dir. Hinter mir ist Wand. Doch, da ist er doch. Da ist er. Ich hab dich doch gerade gesehen. Wo sind denn jetzt deine Diamanten? Oder hast du sie schon versteckt? Nein, ich kann sie ja nicht abbauen. Wie versteckt. Wenn wir hier... Boah, aber wie soll ich die denn bitte abbauen? Ja, ich bin ja noch am Weckeln dran. So, ich geh jetzt mal in den Bereich, wo ich sicher sterben kann, ja? Ist hier Lava drunter? Willst du jetzt wirklich sterben? Ja, wenn ihr nichts zu essen habt, ich kann mir nicht nur an den Fingernägel kauen. Aber das ist jetzt nicht so... Ich hab noch ein Ei. Aber das kannst du nicht essen, ne? Nee. Ich hab nichts dabei. Nichts mehr. Uns fehlt ein Kürzis. Ich geb dir einfach schon mal die ersten Sachen so schon. Weil, ja, ne? Ich frage es auch, ob ich euch wieder finde. Warte mal, ich mach mal eben noch schnell einen Punkt, damit ich euch notfalls wiederfinde. Mit meiner tollen Karte. Hättest du mir nicht jetzt hier gerade schon auch Kohle gegeben? Doch, aber nicht alles. Äh, Death. Nenn ich jetzt einfach mal, Nett. Und ich möchte nicht, dass du stirbst. Ja, wer möchte das schon? Also, wir müssen alle, aber, ja, keiner will. Freiwillige vor. Aber echt. Komm, wir suchen einen Zombie. Der muss doch irgendwo hier ein Zombie sein. Das gibt's doch wohl nicht. La la la. Wer keine Zombies sind. Hier vermache ich dann noch meine Schere und mein... Da hab ich gleich keinen Platz mehr im Inventar. Ja, da muss Anno noch. Wobei, wie gesagt, so viel hab ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt hab ich noch vier Sachen. Die behalte ich so lange, bis ich sterbe. Ich hab noch drei Plätze im Inventar. Ja, dann kannst du zumindest mal meinen Bogen noch haben. Weil du hast ja jetzt die Pfeile. Ich kann aber nicht schießen. Ich hab witzigerweise bei diesem Pack, das ist der einzige Nachteil dran, ich hab auch keinen Fadenkreuz mehr. Ich muss immer so ein bisschen einfach, ähm, da müsste es sein. Also das Redstone könntest du jetzt schon Safety abbauen und die Diamanten auch. Guck mal, wie geil ihm ist, dass du stirbst. Das ist ihm egal. Jetzt bau mal den Redstone ab. Weißt du? Aber ich glaube, ich werde in dieser Folge nicht mehr sterben. Ach. Auf einmal. Ja, schauen wir mal, ich bewege mich jetzt einfach nicht mehr. Ich bin ja gerade in meiner Safety Area. Schau den beiden noch ein bisschen beim Wuseln zu und dann ist die Folge eh gleich vorbei. Was ist das blaue Zeug? Lapislazuli. Was, für was braucht man denn? Jetzt kann ich ihn nicht mehr aufnehmen, ich hab keinen Platz mehr in meinem Inventor. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Ein Ei? Den Rest der Diamanten, komm. Ja, braucht man nicht. Nee, drei Kies ist, glaube ich, jetzt nicht so der wichtigste. So, Folge ist übrigens vorbei. Ach nee, aber es ist doch gerade so gut. Naja, weil du wolltest die 20 Minuten folgen. Ja, das reicht auch. Ja, siehste. Von dem her sage ich schon mal, ich gehe jetzt gleich sterben. Was ihr macht, weiß ich noch nicht. Noch nicht sterben, hoffentlich. Machen wir alle Erben. Äh, Erben, genau. Äh, ja, wir machen die Erben. Ja, der Arno. Ihr zwei wieder, das ist klar. Der Arno braucht noch eine halbe Stunde, bis er wieder kann. Scheiße. Alter. Arno, es braucht ein bisschen Pause. Da kommt direkt ein bisschen auspassen, Arno, da unten kommt direkt die Lama raus. Ja, ich weiß, ich bin fast selbst gerade reingefallen. Wir machen jetzt alle ein bisschen Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Nicht abbauen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.